SPD-Vize-Scholz tut sich derzeit mit allerlei Ideen für die künftige Ausrichtung der Partei hervor. Sein neuster Vorstoß stammt aus dem bisherigen Betätigungsbereich von Andrea Nahles. Die reagiert prompt. Berlin-Hamburg, dpa, SPD-Vize-Olaf Scholz fordert seine Partei auf, sich für eine deutliche Anhebung des Mindestlohns einzusetzen. Anführungszeichen Wir sollten den Mindestlohn in einem überschaubaren Zeitraum auf 12 Euro pro Stunde anheben Anführungszeichen, sagt Hamburgs erster Bürgermeister dem Magazin Anführungszeichen Spiegel Anführungszeichen. Die Linke fordert das schon seit langem und begrüßte den Vorstoß, kritisierte aber, der Schwenk aus der SPD komme reichlich spät. Widerspruch bekam Scholz aus den eigenen Reihen. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles, die den Mindestlohn als Bundesarbeitsministerin durchgeboxt hatte, sagte, sie halte nichts von einer politischen Festlegung auf einen höheren Wert.